So, da sind wir wieder bei einer weiteren Runde. LOL-Mitarbeiter, Flo als Zyndra. Andreas, darf ich meinen Keks noch fertig essen? Ja, darfst du. Der Tobi als Garen, der Niko als Zyndra, der Jakob heißt er als Tristana und ich wieder Thresh. Wir spielen gegen K, Blitzkrieg, Orianna, Joe Gath und Lee Sin. Ich hab gehört, du musst den Keks ausspucken. Ja, jetzt bitte ausspucken. Ihr seht das Ganze wieder aus der Sicht des Supports. Das heißt, ich versuche wieder ein bisschen was vom Fliegelchen einzufangen, aber ich bin da drin noch nicht so wirklich gut. Okay, dass wir die Ewigkeit gemeinsam verbundenen. Nun gut, nun gut. Wieder das gleiche wie im letzten Mal. Meine Lebensanzeige ist gelb. Wir haben das ein bisschen umgestellt, damit man sich selber besser im Teamfight sieht. Ähm, ja. Wer das haben will, einfach mal in die Kommentare schreiben, dann verlinken wir das Ganze. Gehst du im Colorblind-Mode eigentlich? Ja, genau. Ich spiele im Colorblind-Mode, aber das geht auch für den Nicht-Colorblind-Mode. Das ist überhaupt kein Problem. Colorblind-Mode heißt... Dann siehst du rot und blau. Anstatt grün und rot, oder? Ja. Hä? Ja, dann sind wir blau und nicht grün. Genau. Achso. Das kannst du umstellen, wenn du auf Escape und Video-Einstellungen gehst, dann ist da der Colorblind-Mode. Und was bringt uns das? Ja, das ist ja alles anders, aber ich finde es schöner. Farbenblinde gedacht. Den Leuten, die Farbenblinde sind, bringt das was. Aber ich finde den Farbenblind-Modus halt schicker als den normalen, oder? Das ist schon schwierig im Colorblind-Modus. Ich habe ihn erst seit gestern drin, oder? Ich finde ihn eigentlich auch schon schicker. Naja. Habt ihr ne Waffe in der Tasche? Habt ihr ne Waffe in der Tasche? Ey, du hast immer noch Deutsch. Ja, ich habe es seit dem letzten Spiel nicht umgestellt. Habt ihr ne Waffe in der Tasche? Nini, nini, nini. Was kann ich immer? Manowalk? Get in your pocket? Aber ich kann kurz disken. Äh, Leute, Leute, holt euch das Blatt ab. Was? Vor allem, wie saß die Organer da unten? Keine Ahnung. Ja, sie hat gedacht, sie trollt uns. Ja, wieso hat sie nicht einfach einen Hook gelandet? Weil ich nicht drauf geachtet. Also, das sind so Sachen, da gucke ich bei euch oben, oder sonst wo. Ja, richtig. Ich habe echt bei euch geguckt, die ganze Zeit gerade. Äh, ich habe gerade gepencht. Hältst du mir kurz? Ja. Sollte in alle Chat gehen. Ich brauche nur den Großen. Hey Jakobs, komm, wir gucken mal, was hier drin ist. Ein Pitchcrank. Pitchcrank. Oh, ich habe mir schon ziemlich viel Scham bekommen. Er hat das Leben schon weg. Ja, ich sehe es schon. Mehr Zähne. Da gehört, da muss schon Protz einsetzen. Oh, wir haben eine Ade, Orianna. Okay. Vielen Dank und sorry, ich habe gepennt. Ich habe gerade nur, war so fertig. Ich war auch da unten. Ach, finde ich, Andi, du weißt, Orianna passive macht Aua. Ja, ja, weiß ich, aber jetzt noch nicht. Ich dachte nur gerade so, ey, Alter, was geht denn da ab? Oh, AP Kale ist böse. Flasht da noch was anbleiben. Hey, aber seine Space Shield ist sein, sein Mana Baby, ja, ist die kaputt gegangen? Äh, die ist beim ersten Mal, glaube ich, schon gepoppt. Nee, ist die nicht. Keine Ahnung. Sieht man, ob die irgendwie ab ist? Aber wenn ja, dann könnten wir ihn killen. Okay. Nee, ist die nicht. Okay, der Blitz ist scheiße. Der Blitz ist total scheiße. Ach komm, Leute, jeder hat mal ein schlechtes Spiel, vielleicht hat er einfach nur einen schlechten Spiel. Ja, der ist halt jetzt in dem Spiel gerade scheiße. Oh, dafür gibt es mir die Kale so richtig. Alter Vater. Und dafür ist die Orianna gut. Nein, das geht so. Versuchst du mit einer Kale zu traden? Nein, die geht einfach unter dem Tau auch nicht drauf und hat mich fast weg. Ja, komm, vier Sekunden bis Hook. Wart mal, bis die Level 6 ist, dann freust du dich, glaube ich, noch mehr. Okay, Hook. Lol. Am Anfang ist, sich kein Heidrank zu kaufen, ist nicht so eine gute Idee, oder? Ja, und? Dann kennen wir den Blitz, der ist noch Level 1. Wir haben ja gut die Tülle an die. Keine Worts, das wird bestraft. Wenn er mich grab, wenn ich ihn grab, wenn ich ihn kille. Entschuldigung. Ekelhaft. Oh, hallo. Okay, Flashton. Bitte schön, Flo. Dankeschön, ich bin gerade so, ähm, konzentriert. Ich, äh, ja, ich war auch mehr in die Runde. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Brav. So. Sobi, ich kaufe mir noch Items. Und dann bin ich topf. Dann muss ich aber auch back, weil ich bin ziemlich lowlife. Ja gut, dann... Oh, was hast du für eine Range? Geh demnächst mal einkaufen und dann geht das. Oh, Lee, Sven ist hier. Oh Gott. Bist unter deinem Tower, hast nix zu befürchten. Bist full life, hast noch Flash up. Ja, es geht nur drum, dass er da ist. Boah, diese Minions, die gerade wirklich immer reinlaufen. Garst. Ja, das machen sie absichtlich. Deswegen geben wir es denen jetzt auch so. Meinst du, der Blitz will dich hooken? Ja. Klar, dass ich gerade keinen Hook-Up habe. Du counterst jetzt. War der zwischenzeitlich zurück, Tobi, weißt du das? Ähm, nein, nicht so... Nee, war er nicht. Aber der hat keinen Ward gesetzt. Jetzt geht er gerade, glaube ich, zurück. Kann das sein. Erst auf jeden Fall weg. Okay, dann gehe ich erst mal. Bitte und... Ah, nee, nee, erst hier im Moment. Ja, er hat euch wahrscheinlich ein Ward gesetzt. Ja, hat er. Okay, ich muss sowieso durch den gegnerischen Jungle stapfen. Ehrlich, gefährlich. Aber ich habe das Gefühl... So wie... Ich glaube, die hat es geworden. Ja, ich glaube es auch. Ah! Ich will den Bluber. Los! Die hat kein Flash. Ich habe kein Mana. Hier ist ein Ward. Leute, jetzt nur die Farben. Farm. Da ich übrigens nicht Bord komme, könnte jederzeit die kleinen Golems machen, na? Ja, und die Zeit ist gerade nicht so gut. Ich sage ja auch nicht, dass ihr jetzt unbedingt sofort gleich jetzt die Golems machen wollt, sondern dass sie sie machen können. Ich war nicht. äh, weil ja, das war das. Hat er hier reicht? Hat er dich gerade genommen, um, um... irgendwie hab ich extrem viel Schaden bekommen, ja. Er hat es genommen, um... Dann hat er dich wohlgenommen, um... ...und... Ich würde dir... Das ist seine Ulti... ...und die... ... ist gar nicht mehr Mensch. Er kann zu viele Rüstung bauen, wie du willst, bringt absolut nichts. Ah, nicht durchsäufig ... ... indem du musst halten. Ich muss zurück. Ok, 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 sicher nicht. Ich geh rein, vielleicht fehlen wir ihn noch gekillt. Ja, die hat ihre Ulti noch ab. Klitz, Flashdown. Scheiß drauf. Ja, die Singa kommt jetzt gerade im... Ja, okay. Sonst hätte ich sie nämlich noch erwischt jetzt gerade. Jetzt hätte sie sterben dürfen. Schade, schade. Schokolade. Ich dachte, du willst einkaufen gehen. Ja, das mach ich jetzt auch. Ich wollte nur noch ein bisschen pushen. So. Könnten wir... Ja, der ist immer noch. Äh... Ja, was? Damit hatte ich jetzt... Ja, du kriegst ihn auch. Nein, das ist der Ort. Was? Komm, jetzt räum auf. Ja, komm. Geh hinterher, räum auf. Nee, ich liebe nicht, weil die sind schon weg. Die sind schon weg. Oh, wie, fail. Mhh. Ich hab' mich aber weg. Mhh. Nooo. Jetzt bist du tot. Nee. Nein, schlau. Eben sicherlich. Ich bin so schlecht gerade im Last-Up, das gibt's noch nicht. Sie haben uns jetzt eine ganze Zeit echt ordentlich gesohlt. Aber dafür ist schlecht. Lolle, die haben aber schon zwei Leute aus dem Team, die gestorben sind und sie executed haben. What the fuck? Ja gut, der erste war ein Troll. Ja klar. Die hat schon ein Best-Fuckers-Sperd. Echt? Ich wundere, dass sie nicht erst mal auf Attack-Speed geht, weil so kann ich das mit der Arte erinnern. Oh fuck, nein! Nein! Jakob, ähm, Bock? Jaja. Oh shit. Good job, Andi. Merci. Immer wieder gerne. Ruck, leider erst in 10. Ja, ist okay, wir haben ihn rausgefasst, um zu lenken, ist alles gut. Ich bin Cain und ich heu rum, weil der ganze Zeit war das Middle-Camp. Ist echt wunderbar. Aber da merkst du schon, dass es ein Hörer ist. Nö, das ist ein Low-Bob. Hä, hat der rumgerollt? Naja. Ja, aber übel. Wäre das ein High-Level, würde er sagen, hey Leute, der Junkle ist die ganze Zeit hier. Oder du suchst die anderen Lanes. Was tut er nicht? Aber die spielt übel aggressiv und auch echt relativ gut, also. Nee, Cain gut zu spielen in der Mitte ist nicht schwierig. Ich hab auch neulich Cain in der Mitte gespielt, ist nicht schwierig. Also. Ich meine, ich muss nicht denken, dass das jetzt ein Pro ist. Hey, ist relativ. Oh, Allshit war das, gell? Ja. Okay, Oriana ist wieder da. Mit Berserker. Ja. Aber jetzt hält ich mir erstmal den Tobi aus, also. Okay. Ja, Botlin ist okay. Muss mich hier alleine klarkommen. Ja, ja. Botlin habe ich da sowieso nicht. Ja, ja, aber du musst doch nicht. Hatt ich auch nicht vor. Ja komm, mach deinen Hoch. Muss ich erst ein bisschen kommen lassen. Andi. Was? Das ist ja unmütig. Nixmütig. Naja, dann warte ich erst mal ein bisschen. Warte mal. Blitz. Mit SS. Geh mal ein bisschen. Beschäftige ihn mal ein bisschen. Okay. Also nicht sterben. Defensiv spielen. Aber ich komme dann über die Lane rein. Genau. Wunderbar. Nein, ich hätte nicht gedacht, dass du dich ausfälligst. Ja, wollte ich. Noch, 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 noch. Wunderbar, wunderbar. Wunderbar. Okay. Ja, diese Absprache. Das müssen wir zwei noch ein bisschen üben. Und los. Die Sinneshunderbow in der Mitte. Die Sinneshunderbot. Die Sinneshunderbot. Dann ist irgendjemand anders hier. Ähm, ich wüsste nicht wer. Ja. Wir liven. Nicht der Ernste, ey. Ja. Da hat er mich gefokust gehabt. Ja. Das haben sie gut gemacht. War ein nice Job. Den. Ja, die Ulti hätte ich später machen müssen. Äh, was will ich kaufen. Schon okay. Dich will ich kaufen. Ich geh für dich hier one. Und jetzt kannst du pushen. Erstmal ne Clotharmor kaufen. Und ich komm gleich wieder, nachdem ich ein bisschen mein Jungle aufgeräumt hab. Und dann machen Killenwee nochmal. Find ich gut. Okay, jetzt hat die Oriana drei Kills. Aber sie hat gleich viel Farm. Jetzt hat sie drei Kills? Hä? Hab ich irgendwas verpasst? Ja, grad eben noch einen geholt. Ja, grad eben noch. Zwei geholt sogar. Zwei geholt sogar. Ja, ich... Ich wär nicht gestorben. Ich wüsste nicht, dass du dich rausflasht. Damit hab ich ihn nicht so ganz schlecht. Ja, ich hätt's sagen sollen. Sorry. Ja, kein Problem. Wir spielen ja nicht oft miteinander von dem her. Ja, richtig. Push du kurz zurück? Ich mach kurz die Rolle. Ich ward davor schnell. Da war Tobi. Li Sin ist bei seinem Blue. Er toppt übrigens mal SS. Li Sin, die werden einen Lane Gang machen wollen. Er ist da wieder da. Kale kommt. Ja, Kale. Okay. Ja, okay. Kannst du mitkommen, Flo? Ich bin aber ewig hinterher. Hinterher. Ist egal, wie wir sehen. Ich glaub, sie checkt nur meinen Blue Book. Ähm, Achtung, Jakob, die Sin könnte hier sein. Achtung. Ja, okay. Ja, mich, äh, okay. Okay, okay. Wegen ist Tristana push automatisch. Reicht, 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 reicht. Ich bin relativ Tanking im Regenatz zu probier. Mal und auch. Und drauf. Das muss in Kale. Ja, das Problem ist meine Ultis nicht. Das ist zu fähig. Achtung die Kay kommt entgegen, abbrechen, 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 ja das ist gut, da gehst du nämlich drauf Ist okay, jetzt kannst du farmen, der lässt sich nicht, wie ich rausgekippt wurde Ey, wie lange stand der Lee Sin da jetzt rum? Ja, der hat nur zwei Towerschuss eingefangen und der lebt noch so sehr Ja, ich hab ihn ja extra nochmal hergepullt Ja, ich hab's gesehen, ist auch gut Ach, du trägst Orianna, geh mir nicht auf die Nerven, du klingst schon so scheiße Ganz ruhig, ganz ruhig, Jakob Alles okay Die Sin ist immer noch bot Ich hab euch gesagt, ihr sollten nicht rumjammern, wenn Leute die ganze Zeit rüber eingehen Nee, ich wollte nur sagen, dass ich Nein, der ist bestimmt seit zwei Minuten hier unten Ja, ich bin noch seit ungefähr einer halben Stunde oben Nein, aber wirklich unten, er hat die Lane nicht mal mehr verlassen Du verlässt ja wenigstens auch die Lane An die Ult Jetzt portet er sich Er ist immer noch da? Ja, soll mal rein? Ich hab eine Sekunde Ult, also von mir aus Ult Ich hab keine Ult Ich hab aber gleich ein Exhaust Ich hab Exhaust Ich hab Ult erst eine Minute Puh, wie hat er sich jetzt in der Hook gehalten? Er hat was gegeben Nam nam Ja Vermutlich Aber jetzt sollten wir back gehen, gleich Ich hab noch gerne die zwei Seelen Anika, äh, Flood, äh, Nico kannst du kurz bot teilen Nö Nachdem Red gemacht hast Nö Ja, mach ich recht Ich würd nur kurz den Red machen Ja, nachdem du Red gemacht hast Äh, Tobi, ich bin ne Weile nicht top Weil ich jetzt hier botten bin Ähm, pass auf Und Flood, wäre ich super, wenn du es schaffen würdest Ja, ich halt die Bot Lane noch so ein bisschen Wenn du schaffst Was, ich? Was? Ja Wenn ich was schaffe Komm, wir nehmen den Blitz, wir nehmen den Blitz Nico, ich hab's nicht verstanden Wenn ich was schaffe Wir haben Blueboe selber zu Okay, Flash dann auf Blitz Ja, ich geh nicht Ja, ich möchte ungern aus der Lane raus Nico, nein, ich sterbe Ich werf dir sonst ne Laterne hin Okay, danke Du kannst Tobias auf dir Vielen Dank Nimm dir ne Minion Tags Ich weiß nicht, wo die Kale hin ist Oh, ne Seele Wahrscheinlich zu meinem Bluebuff Weil die ist ja vorhin langgelaufen Die Kale ist bei dir in der Mitte wieder Minion Tags Dann, nachdem der Lee Sin drei Minuten unten war, ist er immerhin gestorben Ist doch, find ich, ein ganz guter Tag Hallo, ich fang mit dem Bluebuff an, du kommst her und schmeißt ne Darksphere drauf Und holst ne Nein, 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 du nimmst ihn dir Übrigens zur Info, der Lee Sin ist erst Level 7. Okay, dann nehm ich mir halt. Oh, ich mag die Buffs. Ich hab kein Problem, also mana mäßig, ich muss, ich bin ja eh die ganze Zeit... Ja, okay. Ja, weil da die ganze Zeit Bock rumhängt. Ja, sein Schenke. Ohhhh... Ähh... Oh... Du weißt da, was ernst ich jetzt an der Backe hängt? Ich bin so schlecht im Last Hit, das gibt's nicht. Ah, komm. Huuuh, diese schlechte Nass-Sitz hat nur 17,90 Nass-Sitz. Naja, hab ich auch nur... Naja, nicht gut. So viel wie ich, Jakob, das ist halt vielleicht was heißen, schämlich. Aber Tobi, ich hab auch dafür drei Kills, und eine ist so, ich hab dir Wort gesagt. Ja, gut, dass ich dir das nicht gegeben hab. Ja, dachte ich auch, Fred. Jakob, der Blitz oben in dem Gebüsch, wenn du... Hat den Wort erst mal nebendran gesetzt. Ja, echt? Nebens Gebüsch, ja. Ja? Ehrlich? Ja! Der steht auf der Riverside neben Triwash. Nicht im Gebüsch. Ich geh mal wieder, weil sonst verliere ich Zeit. Tut mir leid. Ich muss ein bisschen fahren mit ihm. Oh, sorry. Kein Stress. Helles Mitte? Ich verstehe... Der hat, äh, dumm gezogen. Ja, ja. Die konnten wir nicht mal ownen. Die konnten wir gar nicht, man. Ich verstehe manchmal die Trefferzone aber nicht. Manchmal grabst du, oder huckst du ganz eng an einem vorbei, sonst trifft die nicht, und manchmal springt das echt Ewigkeiten rum. Ah, guck mal. Unser Freund ist wieder da. Cool. Guck mal, ich... Nehmen wir doch einfach, oder? Äh, Andi, ich mach nicht für den Charden. Und? Guck mal. Ich hab die Laterne. Zur Not. Laterne klicken. Ey, das fehlt in der Mitte. Seid mal vorsichtig. Ich hab mich an die Laternen ran, sorry. Fuck, ich hab gedacht, ich könnte sie schon runterbörsten, aber... Ihr Schild ist einfach zu krass. Ich geh zum Tower. Die sind, werden wahrscheinlich bleiben sollen. Schade. Jetzt holen sie dir. Haben wir das Wort. Ja, ne, da komm ich nicht ran. Nicht gegen 3. Die sind aber fast alle Lorelei. Neue, die sind nicht Lorelei. Das ist das Problem. Der Ding war voll. Ja, aber nur der, der, der ließ hin. Der Rest nicht. Äh, die Ding hab ich genutzt, aber ich kam nicht ran. Die ist gut gelaufen. Okay, but, alle SS. Lass den Drag nehmen. In der Mitte ist down. Ja. Ja, dann lass den Drag nehmen. Ich weiß, was meint. Ja, die gehen grad beide weg. Ich halt den... Ihr kriegt's ohne mich hin. Ich halt die Mitte. Okay. Vielleicht sollten wir raus. Vielleicht. Ja. Ja. Okay. Okay. Not worth it. Nein, totally not worth it. Naja, passiert. Oh, eben. Passiert. Naja. 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 Es wär irgendwie blöd, dass die alle grad kamen, aber es war nicht worth it. Ne, es war's nicht, aber so unworth it war's auch nicht. Ja, du willst halt was positives abbringen, find ich gut. Du bist besser so, als sie hätten 5 Sekunden früher engaged und uns noch auf den Drake genommen. Oh fuck. Ich bin tot. Ja. Ja, du bist gesch- Oh. Was? Wieso? Weil ich lowlife war. Nein! Mein Gott. Das war echt. Ich werd, ich hätt sie natzen können. Ja, ich war lowlife, Nico. Sie werden nicht gestorben. Sie kommen sehen. Sag an, dass du kommst. Ja, das... Sag an. Halt sie hin. Halt sie hin. Halt sie hin. Was soll ich? Ja, ich bin weggelaufen. Ich mach Luna darauf hinzu, sie ist sie weghabend zu haben von mir. Wollte die Rowena grad frech sein, wenn wir dann weglaufen, ne Luna? Ja. Jakob. Warum? Ja. Sag's an, Nico. Nächstes Mal sag einfach an. Das war nur aus Nostalgiegründen. Okay. So weißt du. Ich war zu wenig worden in dem Spiel bisher. Ja. Im letztes Spiel auch. Ich hab das gleiche... Ja gut, im letzten Spiel ging's einfach nicht. Ja, da waren wir auf zu. Äh. Ja, da waren wir auf zu. Ich hab das gleiche Level wie du. Ja, du musst... Das ist ja nicht der einzige sein, der wardet. Besser was Hässliches an der Wacke kleben mit Trügeln dran. Echt, was? Ja komm, wir kriegen Besuch. Ich weiß. Ich wär schon weggekommen. Wenn du den Red Buff nicht gemacht hättest, auch noch viel schneller. Oh fuck, Kay von hinten. Oh fuck, Oriana von hinten. Oh fuck, los. Oh fuck, los. Ja. Da kann man nix machen. Da kann man nix machen. Da kann man nix machen. Die Oriana? Jakob? Kannst du ein Wort drin setzen, wo du sonst ist? Ja. Wenn du die huckst, dann wäre das vielleicht gar nicht schreckt. Elle ist eine sie. Habe ich ihnen gesagt? Ja. Ja. Den Spieler. Er lass mitnehmen. Maustausch. Ich weiß nicht, wo die anderen sind. Ja. Zwei sind dort. Zwei sind dort. Zwei sind dort. Und so viel Auer macht, der dieses Sinn. Ja, das macht schon ein bisschen Auer. Ja, dann los. Hey, wieso macht der so viel Schaden? Ja, dann los. Hey, wieso macht der so viel Schaden? Ja, dann los. Ja, dann los. Ja, dann los. Okay, dann. Wie sagst du mal, der dieses Sinn ist? Ist mir das egal. Warte. Ich komme mit runter. Laterne. Warte. Oh, falscher Knopf. Okay, jetzt kommen ein paar mehr. Leute! Ja, richtig. Wieso hat mich das in die Luft geschlagen? Keine Ahnung. Ich stand, ich stand wirklich fünf Zentimeter nebendran oder so. Weiß. Wir bräuchten ganz viel Hilfe in der Mitte, weil sonst ist... Logisier in der Mitte? Ja, ja. Da ging die Kaye, komme ich nicht wirklich an. Ja, wir sind unterwegs. Vor allem nicht, wenn ich... Also, ich bin unterwegs. Ja, komm. Mit den Monsters hier. Pfff... Geh drauf. Da folgt der mich sogar. Okay, worth it. Wir haben einen Shutdown bekommen für einen Support. Ich kriege dich. Kein Problem. Ich hab sie ja immer noch unter den Tower ge-gehuckt gekriegt. Irgendwie stand sie dann endlich mal drunter. Tobi, 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 hau ab, hau ab. Thanks for bringing me back to game. Immer wieder gerne. Ist ir-ein-ein-ein Leadsinn... Oh, okay. Der inzwischen macht ein bisschen Schaden. Inzwischen hat auch sein... Ja. Ja, jawoll! Ähm, Drake um 25,46 sollten wir unbedingt machen. Einfach, weil sie zwei Tower mehr haben. Äh, ich bitte dich wieder, die, äh, das, wenn Teamfight ausbricht, ganz laut Lockheed zu rufen. Ja, äh, für mich gilt das gleiche übrigens. Ich hätte ihn grad auch schon einsetzen können. Nämlich unser Schlachtruf, ja? Ja, aber haltet euch bitte bereit, dass wir den, den Drake machen können. Sorry, Spot. Wer ist, Spot? Orianna und Plitz? Ja. Äh, unser Top Tower wird durchgepusht, wenn, wenn die gleich was machen. Ich gehe, Mädchen. Plitz und Orianna kommen in die Mitte oder auch nicht? Hä, woher hin? Ja, ich staun. Moment, gleich. Ah, der Fluch möchte noch rein. Ja, komm, ich komm. Kannst du den Darksway in den reinpacken? Scheiße, so ist. Bei Wern hast du ihn grad vom Recollen verbrochen. Ah! Drake, Jakob, komm, lass, lass Drake sonst du ummachen. Hier ist noch ein Blitz, Drake. Oh, ey, Kay, 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 Kay. Hier rein, Tobi. Ich muss mich hochhallen, Andi, ich kann dann nicht rein. Okay, die kommt nicht. Dann lass zu Drake gehen, bitte. Ich weiß nicht, ob wir den jetzt zu zeigen kriegen. Ja, der Rest kommt auch. Ich komm auch. Oh, oh Gott. Lol. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, nice. Sorry, mein Hook hat nicht gesessen. Nee, wunderbar, danke. Sie kommen, sie kommen. Nein, sie kommen nicht. Nee, ich versuche bitte. Ja, das ist mir ein bisschen zu heiß gerade schon wieder. Aber wir sind zu früh mit, ich gehe back. Und jetzt den Kay, äh, die Kay, sorry. Ich darf nicht vorlaufen. Ich mach das. Okay, der Kay ist weg. Andi, du hast gerade meinen süßen Hintern gerettet, ey. Ja, aber es wäre leider fast schiefgegangen, weil ich zu dumm war zu hooken. Mal wieder. Willst du dir Redbuff holen? Ja. Ja, klar. Willst du dich? Was meine ich überhaupt hier wieder? Lauter Wesowski-Zeug. Geht wieder dein Wort gehen, wenn du dich runterdicht hinkommst. Und die wollen alle zu mir. Boah, die in Fassion wird wofür kommen. Im Mittelsen sind wir zu zweit gerade. Also nur ist gut, aber. Oh, ihr Spot. Mhm, bin kurz back. Du siehst die Kay? Drei, zwei, eins. Nein, 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 die baiten uns in den Busch. Richtig. Sag mal, wie viel blöd halten die uns eigentlich? Wie viel blöd, blöd. Zwei sind Bot, Jako kommst du klar? Ich komm. Ja, ich komm klar. Also das war ja wohl... Das war ja so offensichtlich. Und ich glaub sofort, wie der Busch mal hier kommt. Das hat auch gar nix damit zu tun, dass noch zwei andere Leute uns zu verschocken. Oh, das sind drei Bot. Und mal bei Bot? Äh, nee, die sind alle bei mir. Ist auch okay. Kommst du da raus? Nein, komm ich nicht. Ich komm hin. Ähm. Und wo? Du wurdest gerade genommen, umgenommen. Okay, Tobi, wir müssen mit... Okay, top, 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 Tobi, top, top. Achso, das hat mich also angebrennt. Alles klar. Hab ich nicht gewerkt. Äh, Andi, vergiss, krieg ich nicht. Was? Gerade. Ja, mich regt es auf, dass mein Exhaust schon wieder nicht raus ist. Warum auch immer. Ja, Exhaust auf der Oriana hätten... Ja, richtig. Aber es... Ich hab's leider noch auf Cooler. Ich hab's leider noch auf Cooler. Und da hab ich den Bluebuff gemacht. Es waren drei Leute botten, aber nicht die Leute, die ihr wolltet, oder? Äh, nee, genau. Das war grad noch der. Tobi, Mitte. Ich hab mein Flash gerade erst abbekommen. Das ist halt ein bisschen blöd, weil es im Flash rausgekommen ist. Okay. Alles okay. Tobi, geh nicht allzu weit vor, sonst... Okay, das ist bottom. Dann lass Mitte pushen. Ja, push die Mitte. Diese Kayle ist unglaublich squishy. Kayle ist ein scheiß Squishy. Schwierig, diese Squishy. Weil sie ihre Ultimate abgelaufen ist, dann stirbt sie so schnell weg. Doch sie hat nur nicht Fokus, nur weil sie ihre Ultimate abhat. Ja, das hier bei euch. Achtung. Böse ist nur mit Schock-Aff haben sie jemanden, der dich halt irgendwie... Ja, ich hab gar nicht auf die Map geguckt, mein Fehler. Bin mal wieder dumm gestorben, wie so oft in letzter Zeit. Wir sind zu 5 Kilometer. Das ist eins. Hat er grad den Telepod abgebrochen? Die Telepod wurde eingesetzt und sie wurde abgebrochen. Weil die Tower Down war. Nico, ich ages, du ages. Ja. Du baust? Ja, äh... Nee, 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 außer auf was, das halten wir nicht. Oh, sorry. Bin da. Ich komme in 10 Sekunden mit Homeguard-Boots. Oh, lol. On my way. Ich kann nur am Blitzfragen ran. Sorry, Leute. Ach, fuck, das war richtig schlecht von mir. Sorry. Lol, 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 lol. Jawohl. Alter, Pro Play. Oh, sorry. Äh, wie war das mit der Lock-It-Aktion? Ich hab Lock-It eingebrochen, ja. Ja, ich nicht. Andi, hör auf, solche Plays zu machen. Ich mag aber. Jetzt kommst du in Trouble. Lock-It einsetzen, Andi. Ja, ja, mach, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. Und jetzt, huck. Nein! Ich hab meine E ver-kackt. Die hab ich nicht richtig gedreht. Ah! Sonst hätte ich ihn auch noch erwischt. Verdammt. Okay, wenn wir da sind, äh, mit daraus pushen, dann Barron? Ähm, klingt nach dem Plan, ja. Ami, Katze! Das mach ich schon die ganze Zeit. Ähm, Nico, du boasts, du boasts Ages, oder? Sehe ich das richtig? Den kriegst du nicht, den kriegst du nicht, den kriegst du nicht. Nein, lock-up! Nico? Ja, äh, ich brauche mir Ages. Super. Ich brauche ein Rando. Dann top. Soll ich, was, soll ich was Verrücktes riskieren? Immer. Äh, ne, ja, ne, jetzt sind wir zu weit weg. Äh, jetzt ist weg. Jetzt, äh, ich weiß doch. Wir können einen echten Barron probieren. Wenn wir mit daraus pushen. Äh, ist zu spät. Wir sind uns so lange mit der gerannt. Und Drake kommt bald ab. Um 32.22 Uhr. Ja, ja, soll er ruhig machen. Oh, meine, echt, ey. Positioning ist so schwierig. Ja. Ich gehe zu Barron zu Worten. Ich will jetzt aber Barron nicht machen, Rogan. Ne, ne, nur, ich will nur gewordet sehen. So ist halt, Kale kann uns dann einfach... Oh, 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 ich hab da was gefunden. Und dann... Ja. Ja, okay. Das war mal, das war mal ein OP Disengage. Ich habe in 60 Sekunden ja wieder. Äh, wir brauchen den Pro-Player-Support. Den darf. Was soll ich tun? Soll ich einfach reinhucken? Äh, wir sollen auch reingehen, die wir getrennt. Kommt noch jemand mit? Ja, das Problem ist halt... Locken, 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 locken. Locken, locken, jetzt, locken. Wo ist die Kay, Kay? Unbedingt. Ist die Kay euer Problem, der Joker? Oh, Gott, ey. Flasch? Du bist so hässlich, Andi. Ja, aber ich... Wir haben sie nicht erwischt. Ja, aber vorher kam der Stun, dass sie nicht mehr weglaufen konnte, hä? Tobi, du hättest ruhig weitermachen können. Du hättest sie so fertig gemacht. Hast du noch mal geguckt? Ne, ich hab keinen Flash mehr. Ich hab keinen Flash mehr. Dann Baron, auf. An Tobi, du musst hängen. Äh, es sind schon, äh... ...Turgarte. Ich bin gleich da. Ich bin überhoben, gar. Vorsicht hinter dir. Oh, shit. Okay, nach oben raus. So, durch unseren Blue. Worth it. Because I said so in chat, oder was? Ein gegen Baron. Find schon, dass das worth it ist. Okay, ich geh kurz einkaufen, dann seit mal rauspushen. Ähm, lass mal noch zu Drake dann bald gehen. Dann holst du dir gleich den Redpuff hinterher? Ich glaub, die haben wir schon gemacht, oder? Bin mir nicht sicher, ob sie den gemacht haben. Lappt gerade noch gut nicht. Oh, ich hoffe gerade, ich hoffe gerade. Haben wir schon. Da haben wir schon. Die Schweine. Ich hab'n ja. Ich hab'n Oracles. Ich brauch'n aus ungefähr 200... Ne, warte. Ne, 200 Gold, 150 bis zum, ähm... Soulwalk. Bis zum? Soulwalk. Cool. Weiterentwicklung von, ähm... Ja, ja, ich hab's nur akustisch nicht verstanden gehabt. Die machen gerade Drake. Ja, scheiß drauf. Aber haben sie abgebrochen. Nice one. Aber was? Nicht schon nicht scheiß drauf, die sind dann nur zu dritt. Ich kann versuchen, die zu stealen, aber... Ne, die ist vorbei, die haben sie schon. Ja, okay. Lass dich zu der Mitte pushen. Die werden keinen Timer... Du hast gewonnen, das Wort, wo du reingestellt hast. Wo? Ich hab'n hier vorhin schon alles gecleared. Hier gibt's... Also, äh... Hier ist ein Wort, und hier ist ein Wort. Äh, äh... Liko, stehst du da vorne? Weil ich kann. Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne. Okay. Die Laterne lag blöderweise... Ja, ja. ... mitten auf mir drauf, ich hab's nicht gesehen. Du hättest ja auch sonst... Hast du Wort drüber gesagt? Nö. Ja, geh kurz back. Lissinger. Die sind alle Bot, dann gehen wir da auch hin. Kayle ist Mitte. Kayle ist Mitte, also dann... Dann lass Bottom, oder? Oriana ist auch Mitte. Die können nicht tanken, die können nicht tanken, Botten. Die können nicht tanken. Ja, dann lass den Cho'Gath machen, der so einsam durch den Dschungel läuft. Ne, ne, ja, den Cho'Gath machen das immer schwierig. Die pushen Mitte. Nico, bist du auch wieder, ne? Aha. Mit Bulldog. Kayle ist Bottom, also Mitte rauspushen. Okay, lass Mitte pushen gemeinsam. Komm auf. Ich würde hier nur gerne noch den einen Board drin entfernen. Oh. Get me, come on, get me, get me. Get me. Sogar bist du bei uns. Oh, wir kannst kurz checken. Die fehlen alle. Ein Tower, oder was? Ja, scheißegal. Ja, jetzt, jetzt, sonst schwebt. Warte, was geht. Keir Tower down. Weil ich, äh, gehe durch den Tower durch, wie noch was. Wie durch Buddha. So, weiter pushen, weiter pushen, weiter pushen. Wie ist die Spüte? Ich bin was gehuckt, nach Möglichkeit nicht den Cho'Gath. Ja, deswegen, halte ich mir den Hook noch auf. Jetzt. So, jetzt rein. Was macht denn der hier? Was ist denn los? Nice, weiter pushen, weiter pushen. Alter, Tobi, du bist auch nicht hier. Ich tank, ich tank, ich tank. Nice, du reiß gemacht, Flo. Richtig nice. Dann number one. Was? War gut? War gut, war echt nice. Den Inheb nehmen wir auch noch. Wir haben 40 Sekunden. Ja, natürlich, natürlich. Wo wir ihn mal da durchgehen. Lass mir was zum Hoch rein. Oder hoch. Danach raus, danach raus, danach raus. Lass Bottom Tower noch, genau, Top, Top, Top. Top Tower noch nehmen. Ja, dann machen die Minions über schon. Wir haben noch 8 Sekunden bis Blitzcrank. Lass noch einen Tower nehmen. Ja, okay. 15 bis Kale. Nur die Kale macht übelts Aura bei denen. Ja, die Augen brauchen wir auch noch. Kale, in 7 Sekunden ist die Dingle. Nein, 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 wir gehen weg. Es ist zu heiß. Wir hatten raus, was, was. Nein, 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 Nico. Nichts Wurm. Ich will auch mein Randoins fertig kriegen. Ja, ich will auch. Willst du den Randoins in unseren dann? Der ist nämlich wieder ab. Kann ich mir den kompletten Bot Jungle holen? Ja, ich würde mir die Wölfe gern holen. Weil ich brauche nicht noch 2300. Geht ihr alle zurückkaufen? Ja. Ich würde sagen, wir haben Baron doch ganz gut genutzt noch. Haben wir sehr gut genutzt, ja. 300 fehlen mir noch bis Ding. Der Jogars portet sich Bot. Ja. Okay, Baron Buff ist off. Ich hab einen Sonya. Also um 14.31 ist Baron up. Um 14.48 ist Ding up. 14 oder 40? 40, sorry. Ist Dragon up. Wir können natürlich hoffen, dass wir auf den Nasher keinen Timer haben, aber den sollten wir nach Möglichkeit... Soll ich mitbekommen, oder? Ja, ja, sollte ich gehen. Ja, genau, weil der Jogars ist nicht klar. Das heißt, wenn du reinkommst, dann lasst mir die. Ja, ich will aber noch 100 Euro. Ich hab auch wieder einen Flash. Hab für deinen Hook mit Flash. Kommst du dir auch nur zu den Blue? Bitte nicht in Gäste, bin ich da, ja. Wer wohnt unter dem Berg? Und Bob, Schwamm. Ich hab Blue. Der und die anderen das. Ach so, Scheiße. Oh mein Gott, ich bin so schlecht. Oh, ich weiß. Ich weiß. Ich hab kein Oracle. Und Patrick und Brümmestein. Okay, dann lasst mal Top, ja Mitte ein bisschen runterpushen und dann Top gehen. Eine Minute bis Nasher. Wir müssten nur halt einen Teamfight vormachen. Ja, richtig. Deswegen lasst einfach Mitte pushen und wenn wir vorne an ihren Inhib sind, dann gehen wir zum Top-Inhib. Ich muss anschauen. Die Kay kommt eventuell von da. Ja, das war sie. Ich bin auch da. Also kann es jetzt kommen. Bring einfach alles drauf, es ist schwierig. Ich bin schon mal kurz bei Baron clearen. Naja, okay. Bleib in der Mitte. Okay. Kriegen wir einen Teamfight hin? Als Hit bereit. Ich hocke auch gerne was. Ich auch. Auch als Hit bereit. Ich will es auch ein bisschen erleben. Wir sehen Kay nicht. Ja, scheißegal. Das ist das Problem, ja. Top-Inhib. Umschwenken. Ja, aber Innerbase von denen. Also kurz so. Einer Split pushen. Okay, jetzt außerhalb. Ja, oder Innerbase laufen. Innerbase laufen. Alle Innerbase. Wir sind zu langsam. Achtung. Jetzt werden wir in den Schäden. Und Kay. Los. Okay, ich wurde in Genom und Non. Hey. Ich. Alles okay? Ich habe meinen Exhaust immer noch nicht rausgeklickt. Ich schicke den nicht. 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 Okay. Der Teamfight war scheiße. Um es kurz zu sagen. Ja, der Blitz hat auch gut gemacht, mich zu hooken. Ich hätte hinter Nico laufen sollen. Das war doof von mir. Ich habe 1600 Schaden bekommen von der Orianna. Aber Tony bleibt in der Nähe. Oh, hol sie dir. Nein, hol sie dir. Ich schicke noch weg. Mach Schaden, mach Schaden. Du gehst eh drauf. Mach Schaden. Ja. Das ist einfach. Ja. Die müssen die Base halten. Die müssen die Base halten. Hoffe ich mal. Hoffe ich auch. Okay, ich habe einen Renduin fertig. Wir rennen die Minions die Base gut ein. Also wenn sie Bären machen, dann müssen sie danach die Base halten. Ja, die machen. Sie machen Bären. Ja. Aber in der Zeit müssen wir unbedingt die Orianna fokussen. Keine Teamfights reinspringen. Ja, ich bin rausgesprungen. Ja, die Orianna macht auch. Und dann haben wir 1800 Schaden gemacht. Nur durch Auto-Attacks. Ja, wie gesagt, das großes Problem war, dass ich nicht hinter Nico gelaufen bin. Kriegen wir den Drake. So viel Leben habe ich ja nicht mal. Können wir uns vielleicht den Drake schnappen, wenn die... Drake kriegen wir auf jeden Fall, ja. Ja, dann lass es bitte jetzt hingehen. Ich bin auf jeden Fall. Ja, aber der Jakob macht doch hier die... Ah, shit, ey. Ja, ja, aber die müssen wir wieder weg. Die haben Bären schon gemacht. Ja, haben sie. Und dann den Joghath auf der Botlane. Ich kann ihn wegsmeiten. Joghath? Nein. Der ist vielleicht ein Busch. Nein, ich komme zu spät. Okay, jetzt... Ähm... Inhipp. Ab geht's. Wir haben 62 Sekunden bis Joghath. Mitte, oder wie? Mitte? Mitte. Ja, Mitte. Mitte und Tor. Rüge, kommst du auf? Ja. Wir brauchen dich. Genau, kauf einfach irgendwas. Komm einfach mit Picktricks, genau. Ich helfe, sich top zu pushen, das ist voll gut. Ignoriert die Minions und weiter geht's. Oh, ja, die sind gespielt. Oh, das ist gerade nicht gespielt. Sollen wir den Lee Sin noch nehmen auf der Botlane? Nein, nein, nein. Brauchen wir nicht. Weiter, weiter, ey, in die Minions, Leute. Jetzt einfach weiter. Oh, Nico, 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 wir sind alle nicht da. Egal. Okay, kommt. Dann sind wir ziemlich dänklich. Und wir haben uns echt... Ernst, hat sie die Shaden? Okay, dann müssen wir halt ran. Äh, äh. Äh. Die Ori... Ja, okay. Wir müssen die Orianna töten. Nicht, nicht den Blitzkern. Alles scheißegal, die Ori... Den da. Ja. Ich kann nur an den Blitzkern gerank, sonst hätte der Orianna mich sofort getötet. Ja. Genau deswegen, Orianna. Ja, richtig, deswegen. Alles andere, scheißegal. Hab ich, äh... Das Problem ist halt, Lee Sin springt ständig auf mich drauf und dann kommt Kayle hinterher und will mich auch noch ownen. Ja, aber Kayle macht nicht mehr so viel Schaden. Kayle macht mit Abstand weniger Schaden. Ja, aber wenn die, wenn ich von Blitzkern und, äh, von Lee Sin und Kayle... Nee, ist schon okay, es ist... Es ist schon okay, weil das ist, finde ich, als AD Carry ziemlich schwierig. Aber ich kann ja, wenn ich, ich war ja schon tot, ich sag dir einfach, ob was du hauen willst. Ich überleg grad, ein Thornmail zu bauen, ehrlich gesagt. Oder noch... Ja. Na, danach hätte ich die auch wie auf... Soll ich ein Thornmail... Ich würd eher ein Randwins nehmen. Ich hab ein Randwins schon. Lol, der Teamfight war völlig egal, weil sie nicht pushen. Ja. Ja, oder was, was, was können wir noch nehmen? Wir müssen den Top-Dings nehmen, auf jeden Fall. Und als Item kannst du dir Thornmails holen. Ja, echt. Und dann in die erste Reihe wahrscheinlich. Ich glaub, ich hol mir echt ein Thornmails. Lass mich bitte noch kurz einen Bot-Jongel abholen, dann hab ich noch einen Guardian Angel. Ja. Das wär süß. I... Weil wenn ich da runtergefokust werde, dann... Dann ist es nicht ganz so schlimm. Machst du's da? Nesha. Tipp ich mal. Ja, ungefähr sowas, ja. Holst du dir die Super-Pro? Lol, wie sie Angst hat vor mir, die Orianna. Hihi. Hallo. Ich hab's gedacht, du bist nicht alleine. Ne? Ja, ganz gedenkt. Hehehehehehe. 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 Dann kann ich mir nämlich folgen Nullet holen und dann bleiben die jetzt mal da, wo du weh. Hehehehehehe. Hehehehehehe. Hä? Wir sind noch im Aufnahmetunnel. Wir sind im Aufnahmetunnel. Echt? Stimmt, sind wir. Ja. Dann kommst du einfach so rein. Ja, ich war irritiert, weil in Minecraft-Zeit schon Gold spielt. Ja. Ähm, wir müssen... MEIN GELD! Kein Problem, ist mir sowas von egal. Ich mecker einfach nur, ey. Aus Spaß. Hinter mir. Das ist hinter mir. Ja, danke. Können wir Split-Push toppen? Wir laufen über die Mitte und dann schwenken wir auf dem Top-Endend um. So wie vorher, das war eigentlich gar nicht nur so schlecht. Ja, aber das war cool. Oh! Oh, ohne Anliegen, weil geh ich da nicht rein. Warum nicht? Ja, okay. Okay, und... Ihr müsst die jetzt natzen, weil ich... hier die ganze Zeit... die Oriana. Die Oriana. Die Oriana, die Oriana. Die Oriana. Es kommt keiner mit zur Oriana. Gut, sie positioniert sich auch echt gut, aber... Ja, richtig. Es kam halt jetzt keiner mit rein zu ihr. Ich... Nein. Ja, du bist rein, genau. Also, ähm... Jakob, du musst auf die Oriana einhalten. Ja, ich... Wie gesagt, da hängt die Sin an mir dran. Und alles hängt an mir dran. Das Ding ist nur, ich krieg die Oriana nicht down. Und du bist der einzige, der sie down kriegt. Die killt uns alle. Musst du schon... Ja, das war's. Du musst sie doch eigentlich börsten können, oder? Nein. Die ist tanky. Die ist irgendwie voll tanky. Ich mach hier keinen... Aus dem bin ich voll tanky. Ich mach keinen Schaden. Ja, wenn... Ja, wenn... Nehmen wir noch die zwei. Ne, Choga steht auch noch. Das verlieren wir noch. Ja, das verlieren wir auf jeden Fall. Ja. Das ist verloren, Leute. Das Problem ist, die Sin aufstrich springt auf mich drauf. Und Kay springt auf mich drauf. Nee, nee, das schaffen die nicht. Ich hab null Chance, da irgendwas zu machen. Und der PSG war dann auch nur drauf, mich zu hucken. Ja, aber... Der Rest war vorhin auch da, wo du bist. Und es war keine an Reichweite von der Oriana. Da müssen wir echt... Ich war halt alleine auf der Oriana. Ich dachte, jetzt nackt ihr das komplette Team weg. Eigentlich standen die total schlecht. Wir hätten, nachdem die Szene tot war, nicht einfach reinrennen sollen. Wir hätten... Nee, ich hab die... Ich hab echt die ganze Zeit die Oriana und... Bondsumlauf gehalten. Ah, wir sind was zu zweit. Deswegen konntet ihr den letzten überhaupt töten? Kannst nur noch ewig machen. Problem ist halt, dass die auch ein Last Whisper hat, von dem er... Richtig. Ist ja meine Rüstung eigentlich relativ wumpelt. Was? Was? Aber Drake ist ab. Lass Drake probieren. Aber ich mach sie den. Wenn sie den macht, dann ist sie tot. Lass sie schnell gemacht. Barron... Aber Barron ist ab. Lass hoch zu Barron gehen. Hast du mal geguckt? Die steht 18-6. Die hat Vollbild. Die kann alles machen. Ja, das Ding ist, wir haben jetzt zwei Inhips da. Wir müssen betten. Ja, aber... Und die ihren beiden Inhips dann ab. Also die... Die machen Barron und dann gewinnen die. Wenn wir sehen, dass die Barron machen, dann rennen wir durch und probieren... äh... Zumindest zwei Hitnips und Nico zu machen. Nein, wenn, dann müssen wir versuchen, das Spiel zu beenden. Richtig. Ja, ja. Da reicht ein Hinip und dann durch. Ne, anders brauchen wir es nicht versuchen. Ja, da oben kommen sie. Ja, wir brauchen alle da. Okay, es sind alle da, alle da. Ja. Und zwar... Dann macht euch bereit. First Oriana, bitte. Ja. Okay. So, jetzt. Riechen. Ihr verbringt so viel Zeit mit den Tanks. Ja, ich komme da nicht dran. Ja, wir kommen da einfach nicht dran, Nico. Das ist echt... Die kommen echt nicht dran. Wir kommen da nicht dran. Da sind zwei fette Viecher da vor uns und wir können nichts machen. Die kriegen einen Kick ins Gesicht, einen Slow ins Gesicht, einen Stun ins Gesicht, die kriegen alles ins Gesicht, einen Silence. Auch bis ich durch war, bis zur Oriana. Das war nicht mehr schön. Jo. Schade. Ich komme da einfach nicht durch. Haben wir keine Chance. Die rennen einfach drauf zu. Wir können hier auch gar nichts gegen die machen. Wir können... Nicht? Nee. Ihr kamst da auch nicht durch, oder? Unglaublich. Was soll ich da auch machen? Ja, wir waren beide da und kamen nicht durch. Das ist einfach... Das ist einfach krass. Vielen Dank fürs Zuschauen. Zweiter Fan in Folge. Bis dann. Tschüss. Taksouche. Taksouche. Taksouche.